Guten Tag nach Medewach! Hallihallo alle zusammen! Wir hier sind das Orga-Team des Straßenmalerfestes und wir freuen uns ganz doll darüber, euch heute auf diesem Weg erreichen zu können. Unsere Hansestadt wird bunt und das zum 20. Mal. Eigentlich hatten wir vor, dieses so tolle Jubiläum ganz groß mit euch zu feiern. Und zwar in Form eines super Straßenmalerfestivals. Doch leider müssen wir dieses große Ereignis aufgrund der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verlegen. Aber damit wir auch dieses Jahr nicht auf eure wunderschönen Straßenmalkunst verzichten müssen, haben wir uns etwas ausgedacht. Und zwar für das Wochenende, dem 27. und 28.06., an dem normalerweise unser Festival stattfinden würde. Für dieses Wochenende möchten wir euch herzlich einladen, an unserem Straßenmaler Home Challenge 2020 teilzunehmen. Und das könnt ihr folgendermaßen. Ihr malt an diesem Wochenende zu Hause euer Bild. Entweder auf der Straße, in der Hofeinfahrt, auf dem Pflaster oder wo auch immer ihr wollt. Und dann sendet ihr es, wenn es fertig ist, als E-Mail-Anhang an streetart.medewach.de oder als WhatsApp-Anhang an die Mobilfunknummer 0160 98 68 1202. Mitmachen kann jeder, egal ob jung oder alt. Meldet euch in der Touristinfo auf dem Marktplatz mit Name und Alter an und nehmt eure Straßenkreide direkt mit. Natürlich könnt ihr auch ohne vorherige Anmeldung mitmachen. Ein Sendeschluss eurer fertigen Bilder ist am Sonntag, den 28. Juni um 14 Uhr. Eine Jury wird in altersentsprechenden Gruppen dann die Bilder beurteilen und bewerten. Die Segerehrung findet am Sonntagnachmittag per Live-Übertragung auf Facebook um 16 Uhr statt. Wer kein Facebook hat, wird natürlich telefonisch informiert. Und es warten wieder super Preise auf euch. Von unserer Jury gehören wie in jedem Jahr wieder unsere Profimaler Melina und Wilfried an. Melina nimmt bereits seit 20 Jahren aktiv an unserem Straßenmalerfest teil. Sie ist ein absoluter Profi und sie wird auch an unserem Wochenende, dem 28.06. hier unter uns die Tiefgarage verschönern. Wer dabei sein möchte, schaut einfach vorbei und seht, wie das Bild entsteht. Wilfried kümmert sich seit vielen Jahren um unsere internationalen Profis, die jedes Jahr an unserem Straßenmalerfest teilnehmen. Vielen Dank an euch beiden für euren hervorragenden Einsatz. So und falls ihr jetzt noch Fragen habt, wendet euch einfach an die Touristinfo hier in Medebach auf dem Marktplatz. Wie gesagt, Einsendeschluss eurer fertigen Bilder ist an dem Sonntag, den 28.06. um 14 Uhr. An die unten eingeblendeten Kontaktdaten. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Teilnahme an unserer Straßenmaler Home Challenge 2020. Und wir freuen uns schon wahnsinnig auf eure tollen Bilder. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.